Das Gewissen ist der innere Richter über das, was Recht und Unrecht ist. Es gibt zwei Dinge, die mich immer wieder zu tiefer Ehrfurcht vor dem Universum bewegen, der Sternenhimmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Es gibt nichts, was sich mehr lohnt, als die Wahrheit zu sagen. Es gibt nichts Schöneres, als das, was man für sich selbst tut. Wer ohne Gewissen handelt, handelt ohne Gewissen. Die menschliche Vernunft ist die Fähigkeit, die Verhältnisse der Dinge zu erkennen und zu begreifen. Die Wahrheit ist das, was der menschlichen Vernunft entspricht. Die menschliche Vernunft ist die Fähigkeit, sich selbst zu erkennen. Es ist besser, eine Wahrheit zu sagen, als eine Lüge zu glauben. Die menschliche Vernunft ist die Fähigkeit, sich selbst und andere zu verstehen. Das, was das Leben lebenswert macht, ist nicht das, was wir von ihm bekommen, sondern das, was wir darin geben. Das Gewissen ist der innere Richter über das, was Recht und Unrecht ist. Es gibt nichts Höheres als die Wahrheit. Die menschliche Vernunft ist die Fähigkeit, die Verhältnisse der Dinge zu erkennen und zu begreifen. Der menschliche Verstand ist wie ein Spiegel, der die Dinge so zeigt, wie sie sind, nicht so, wie wir sie gerne hätten. Das, was das Leben lebenswert macht, ist die Freiheit, die es uns gibt. Das Gewissen ist das, was uns sagt, was richtig und was falsch ist. Die menschliche Vernunft ist die Fähigkeit, sich selbst und andere zu verstehen. Es ist besser, eine Wahrheit zu sagen, als eine Lüge zu glauben. Die menschliche Vernunft ist die Fähigkeit, sich selbst zu erkennen. Wir freuen uns noch viele weitere Videos, für dich zu produzieren.